Kapitel 1.3 Tauhid al-Ibada Die Aufrechterhaltung der Einheit in der Anbetung und im Gottesdienst Trotz der weiten Tragweite der ersten beiden Kategorien des Tauhid reicht ein starker Glaube daran noch nicht aus, um die islamischen Bedingungen des Tauhid zu erfüllen. Um Tauhid aus islamischer Sicht vollständig zu beschreiben, müssen Tauhid al-Rububiya und Tauhid al-Asma wa Sifat durch Tauhid al-Ibada ergänzt werden. Dieser Punkt wird durch die klaren Worte Allahs unterstrichen, mit denen er über die Mushrikun, dies bedeutet über die Polytheisten spricht, die zur Zeit des Propheten viele Aspekte der ersten beiden Kategorien des Tauhid akzeptierten. Im Koran befiehlt Allah dem Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, den Götzendienern zu übermitteln. Sprich, wer versorgt euch vom Himmel her und aus der Erde? Oder wer ist es, der Gewalt über die Ohren und die Augen hat? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten hervor und das Tote aus dem Lebendigen? Und wer sorgt für alle Dinge? Sie werden sagen, Allah. So sprich, wollt ihr ihn denn nicht fürchten? Sura Yunus, Vers 31 Und wenn du sie fragst, wer schuf sie, werden sie sicher sagen, Allah. Sura As-Suchruf, Vers 87 Und wenn du sie fragst, wer sendet Wasser vom Himmel nieder und belebt damit die Erde nach ihrem Tod, dann werden sie gewiss sagen, Allah. Sura Al-Ankabut, Vers 63 Den heidnischen Mekanern war allen klar, dass Allah ihr Schöpfer, Erhalter, Herr und Herrscher ist. Trotzdem wurden sie aus der Sicht Allahs durch dieses Wissen keine Muslime. Allah sagt stattdessen Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm Götter zur Seite zu stellen. Sura Yusuf, Vers 106 Der Kommentar Mujahids zu diesem Vers lautet Ihr Glaube an Allah, beschrieben durch die Aussage Allah hat uns erschaffen, er versorgt uns und wird unser Leben zurücknehmen Hat sie nicht davon abgehalten, andere Götter neben Allah anzubeten. Aus den zuvor erwähnten Versen wird klar, dass die Kuffar Dies bedeutet die Glaubensverweigerer Von der Souveränität, Herrschaft und Macht Allahs Wussten In Wirklichkeit widmeten sie Allah mit Hingabe verschiedene Arten des Gottesdienstes Wie die Hajj, also die Pilgerfahrt Almosen, Tieropferungen, Treueschwur, ja sogar Gebete in Zeiten von Elend und Unglück Sie behaupteten sogar, der Religion Abrahams zu folgen Aufgrund dieser Behauptung offenbarte Allah diesen Vers Abraham war weder Jude noch Christ Vielmehr war er lauteren Glaubens, ein Muslim Und keiner von denen, die Gefährten beigesellen Sura Ali Imran, Vers 67 Einige heidnische Mekaner glaubten sogar an die Auferstehung und an den Tag des Gerichts Andere wiederum an die göttliche Bestimmung Viele Beweise für ihren Glauben finden sich in den vorislamischen Dichtungen Ungeachtet der Bestätigung des Tauhid durch die Mekaner und ihr Wissen über Allah Bezeichnete sie Allah als Glaubensverweigerer und Polytheisten Da sie neben dem Gottesdienst für Allah andere Götter außer ihm anbeteten Folglich ist der wichtigste Aspekt des Tauhid Die Aufrechterhaltung der Einheit im Gottesdienst für Allah Nämlich Tauhid al-Ibada Alle Formen des Gottesdienstes müssen einzig auf Allah gerichtet werden Weil nur er allein Anbetung verdient Er allein ist es, der einen Nutzen als Ergebnis des Gottesdienstes gewähren kann Darüber hinaus bedarf es keiner Form der Fürsprache oder Vermittlung zwischen Mensch und Allah Allah betont die Wichtigkeit des ausschließlich an ihn gerichteten Gottesdienstes Indem er darauf verweist, dass der eigentliche Sinn der Erschaffung der Menschheit genau darin liegt Und dass dies zugleich auch die Essenz der Botschaft ist, welche durch alle Propheten gebracht wurde Allah sagt Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen Surah al-Wariyat, Vers 56 Und in jedem Volk erweckten wir einen Gesandten Dient Allah und meidet die Götzen Den Sinn der Schöpfung vollständig zu verstehen, liegt jenseits der natürlichen Fähigkeiten des Menschen Der Mensch ist ein Wesen, das begrenzt erschaffen wurde Daher kann er vernünftigerweise nicht darauf hoffen, die Handlungen seines grenzenlosen Schöpfers gänzlich verstehen zu können Aus diesem Grund machte Allah es zu einem Bestandteil der menschlichen Natur, ihn anzubeten Und er sandte Propheten und die göttlich offenbarten Bücher, um den Sinn der Schöpfung zu erklären Diese Aufklärung liegt innerhalb der Grenzen der geistigen Fähigkeit des Menschen, das Übermittelte zu verstehen Der Sinn ist, wie vorher schon erwähnt, die Anbetung Allahs Und die zentrale Botschaft aller Propheten war die alleinige Anbetung Allahs Tauhid al-Ibada Infolgedessen ist die größte Sünde der Schirk Die Anbetung anderer neben oder gemeinsam mit Allah In der Surah al-Fatiha, welche jeder Muslim mindestens 17 Mal am Tag rezitieren muss Heißt es im 5. Vers Dir allein dienen wir Und dich allein Bitten wir um Hilfe Surah al-Fatiha Vers 5 Dies besagt klar Dass alle Formen des Gottesdienstes Einzig und allein an denjenigen gerichtet werden sollen Der darauf antworten kann An Allah Der Prophet Muhammad Friede und Segen seien auf ihm Bestätigt dieses Konzept der Einheit im Gottesdienst Indem er sagt Wenn ihr im Gebet bittet So bittet nur von Allah Und wenn ihr nach Hilfe verlangt So verlangt sie nur von Allah Die fehlende Notwendigkeit einer Fürbitte Wird darüber hinaus in vielen Versen betont In denen auf die Nähe Allahs zum Menschen hingewiesen wird Zum Beispiel Und wenn dich meine Diener über mich befragen So bin ich nahe Ich höre den Ruf des Rufenden Wenn er mich ruft Deshalb sollen sie auf mich hören Und an mich glauben Vielleicht werden sie den rechten Weg einschlagen Und wahrlich Wir erschufen den Menschen Und wir wissen Was er in seinem Innern hegt Und wir sind ihm näher Als seine Halsschlagader Für die Bestätigung des Tauhid al-Ibada Ist die Ablehnung jeder Form der Fürbitte Oder Beigesellung von Partnern zu Allah erforderlich Wenn jemand zu den Toten betet Damit diese Einfluss auf die Lebenden haben So hat er Allah einen Partner beigesellt Da in diesem Fall Der Gottesdienst zwischen Allah und seiner Schöpfung geteilt wird Der Prophet Muhammad Friede und Segen seien auf ihm Sagte in eindeutigen Worten Dua Also Bittgebet Ist der Ibada Also Gottesdienst Und Allah der Erhabene und Ruhmreiche sagt Er sagte Verehrt ihr denn statt Allah Das was euch weder den geringsten Nutzen bringen Noch euch schaden kann Sura Al-Anbiya Vers 66 Jene Die ihr statt Allah ruft Sind selbst erschaffene Wie ihr Ruft sie denn an Und lasst sie euch Antwort geben Wenn ihr wahrhaftig seid Sura Al-Araf Vers 194 Falls jemand zum Propheten Zu den sogenannten Heiligen Zu den Jinn oder Engeln betet Um von ihnen Hilfe zu erbitten Oder damit sie bei Allah Hilfe erbitten So hat diese Person Schirk begangen Die Bezeichnung Größte Quelle der Errettung Ein Titel Der Abd al-Qadr al-Jilani Von den Unwissenden gegeben wurde Ist ebenfalls ein Ausdruck des Schirk In dieser Form des Tauhid Diese Art der Beschreibung Darf sich allein auf Allah beziehen Wenn sich eine Katastrophe ereignet Rufen manche Leute Abd al-Qadr Mit diesem Titel an Und ersuchen seine Hilfe Und seinen Schutz Obwohl Allah schon folgendes gesagt hat Und wenn Allah dir Schaden zufügt So kann ihn keiner als er hinwegnehmen Sura Al-An'am Vers 17 Dem Koran zufolge Antworteten die Mekaner Als sie gefragt wurden Warum sie ihre Gebete An die Götzen richten Wir dienen ihnen nur Damit sie uns Allah nahe bringen Sura Al-Sumr Vers 3 Die Götzen Wurden nur als Vermittler benutzt Aber dennoch hat Allah Die Menschen mit solchen Praktiken Politeisten genannt Denjenigen unter den Muslimen Welche darauf beharren Neben Allah zu anderen zu beten Mögen über diese Tatsache nachdenken Die Christen Die von den Lehren des Saulus aus Tarsus Später Paulus genannt Beeinflusst wurden Vergötterten den Propheten Jesus Friede sei auf ihm Und richteten ihre Gebete zu ihm Und seiner Mutter Die katholischen Christen Kennen für jedes Ereignis Heilige Zu denen sie ihre Gebete richten In dem Glauben Dass diese das Geschehen auf dieser Welt Direkt beeinflussen könnten Auch betrachten die Katholiken ihre Priester Als Vermittler zwischen ihnen und Allah Unter der fälschlichen Annahme Dass diese Priester Allah aufgrund ihres Zölibats Und ihrer Frömmigkeit näher seien Daher meinen sie über diese Priester Eher von Allah angehört zu werden Die meisten schiitischen Sekten haben Wegen ihres entstellten Glaubens An die Fürbitte Ihren Gebeten an Ali Fatima Hassan und Hussein Bestimmte Wochentage und Stunden am Tag gewidmet Gottesdienst Umfasst aus islamischer Sicht Mehr als nur Fasten Zahlen der Sakka Hajj und Opferung von Tieren Es schließt Emotionen wie Liebe Vertrauen und Furcht mit ein Und zwar in einem Maße Wie sie nur an Allah gerichtet werden dürfen Allah spricht diese Emotionen an Und warnt vor Übertreibungen Und es gibt unter den Menschen einige Die sich außer Allah Seinesgleichen zum Anbeten nehmen Und lieben Wie man nur Allah lieben soll Die aber die glauben Lieben Allah noch mehr Sura Al-Baqarah Vers 165 Wollt ihr nicht gegen Leute kämpfen Die ihre Eide gebrochen haben Und die den Gesandten zu vertreiben planten Sie waren es ja Die euch zuerst angegriffen haben Fürchtet ihr sie etwa Allahs Würde Geziemt es eher Dass ihr ihn fürchtet Wenn ihr Gläubige seid Sura Al-Tauber Vers 13 Und vertraut auf Allah Wenn ihr Gläubige seid Sura Al-Ma'ida Vers 23 Da das Wort Ibadah Vollständigen Gehorsam bedeutet Und Allah Als der letztendliche Gesetzgeber Angesehen wird Ist der Aufbau Eines säkularen Rechtssystems Das nicht auf dem göttlichen Gesetz Der Scharia basiert Ein Akt des Unglaubens Gegenüber dem göttlichen Gesetz Und ein Akt des Glaubens An die Richtigkeit solcher Systeme Ein solcher Glaube Begründet eine Form des Gottesdienstes An etwas neben Allah Allah sagt im Koran Und wer nicht nach dem richtet Was Allah herabgesandt hat Das sind die Glaubensverweigerer Sura Al-Ma'ida Vers 44 Bei einer Gelegenheit Hörte der vom Christentum Zum Islam übergetretene Prophetengefährte Adi Ebn Hatim Den Propheten Friede und Segen sein auf ihm Folgenden Koran Vers rezitieren Sie haben sich ihre Schrift gelehrten Und Mönche zu Herren genommen Außer Allah Daraufhin sagte er Gewiss haben wir sie nicht angebetet Der Prophet Friede und Segen sein auf ihm Wandte sich ihm zu Und sagte Haben sie nicht das verboten Was Allah erlaubt hat Und ihr alle Habt es verboten gemacht Haben sie nicht das erlaubt Was Allah verboten hat Und ihr alle Habt es erlaubt gemacht Er antwortete Gewiss haben wir das gemacht Der Prophet Friede und Segen sein auf ihm Sagte danach Genau damit Habt ihr sie angebetet Daher schließt ein wichtiger Teil Des Tauhid Al-Ibada Die Durchsetzung der Scharia mit ein Insbesondere in den Ländern In denen Muslime Die Mehrheit der Bevölkerung stellen Das göttliche Gesetz Muss wieder in den muslimischen Ländern Eingeführt werden In denen zur Zeit Regierungen Nach importierten Kapitalistischen Oder kommunistischen Verfassungen Herrschen Das islamische Gesetz Wurde vollkommen abgeschafft Oder auf wenige Bereiche Von geringer Bedeutung beschränkt Muslimische Länder In denen zwar das islamische Gesetz Wenigstens gegen diese Art des Kuffers sprechen Und zur Realisierung der Scharia Aufrufen müssen Selbst wenn dies nicht möglich sein sollte Muss eine solche unislamische Regierung Aufrichtig gehasst Und verabscheut werden Um des Wohlgefallen Allahs und das Tauhid willen Zum Untertitelung des ZDF, 2020